Die Menschen sehnen sich nach Einfachheit. In unserer heutigen Welt ist es auch kein Wunder. Denn sie wird immer komplizierter, sagen die einen. Sie bietet immer mehr Möglichkeiten, sagen die anderen. Recht haben beide. Es geht darum, einen Weg zu finden, wie wir damit umgehen. Man kann das Problem sehen. Oder die Lösung suchen. Stehen bleiben. Oder vorwärts gehen. Oft ist es nur ein winziges Detail, das den großen Unterschied ausmacht. Manchmal muss man auch einen Schritt zurücktreten, die Dinge mit Abstand betrachten, das große Ganze sehen. Der Weg, den man gehen muss, ist manchmal ganz schön kompliziert. Damit er für alle anderen einfach ist. Einfach unkompliziert. Raiffeisen. Meine Bank. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020